Der vierte Adventssonntag und es könnte ruhig und besinnlich zugehen, wenn man nicht noch das ein oder andere zu klären hätte. Und so geht es nämlich der ÖVP und den Grünen bei den Koalitionsverhandlungen. Es gibt den ein oder anderen Knackpunkt, der eben noch im Raum steht. Das betrifft das Thema Integration, Sicherheit, aber auch die Umwelt sowie Steuern. Und das wird noch ein großes Thema werden und es hängt auch schlicht und ergreifend davon ab, ob diese Regierung tatsächlich zustande kommt. Alle Zeichen stehen dafür recht gut, beziehungsweise schaut es so aus, dass sowohl die ÖVP als auch die Grünen wirklich daran interessiert sind, dieses Regierungsprogramm auf die Beine zu stellen. Es dürften beide Seiten auch kompromissbereit sein und dementsprechend geht es dann auch bald für die Verhandlungsgruppen und deren Leiter in den Urlaub. Der 24., 25. und 26. wird dann ganz in Ruhe zu Hause bei der Familie verbracht. Wir wissen von Sebastian Kurz, dass er mit seiner Susanne in Wien-Meiling feiern wird. Werner Kogler zieht es in die Steiermark mit seiner Familie. Und ab 27. heißt es dann weiterarbeiten an diesen Regierungsverhandlungen und Koalitionsverhandlungen. Und es bleibt abzuwarten, wie schnell dann eine tatsächliche neue Regierung stehen könnte. Wir wissen ja, so durchschnittlich seit der Zweiten Republik haben diese Regierungsverhandlungen, Koalitionsgespräche, ca. 60 Tage gedauert. Die wurden aber immer mehr. Wir hoffen aber, dass es schneller geht als noch 1962. Da waren nämlich die meisten Tage bei den Koalitionsverhandlungen. Das war nämlich sage und schreibe 129. Wir hoffen, dass es schneller geht, damit auch in Österreich bald was weitergeht. Wir hoffen, dass es schneller geht, damit auch in Österreich bald was weitergeht.